Hi und willkommen zu der Aufgabe 4.3. Bei der Aufgabe gibt es darum, dass wir anhand des Master-Theoriums zeigen, dass Merge-Sort eine Komplexität u von n log n hat. Zuerst würde ich aber gerne das Prinzip von Merge-Sort erklären, bevor wir uns dann den Code anschauen und anhand vom Code die Variablen bestimmen, die wir für die Rekursionsgleichung benötigen. Das Merge-Sort an sich basiert auf das Divide-and-Conquer-Prinzip. Das heißt, es findet eine Zerlegung des Problems der Größe n in mehrere Teilprobleme kleinere Größe statt, die jeweils dann gelöst und anschließend zu einer Lösung des Grundproblems zusammengesetzt werden. Wenn wir uns hier die Veranschaulichung genau anschauen, sehen wir, dass sich hier die Eingabe um ein unsortiertes Array handelt. Und unser Ziel ist es natürlich dabei, das Array effizient wie möglich zu sortieren. Denn generell gehen wir hier in drei Schritten voran. Zuerst, wir versuchen das Array in zwei Hälften zu splitten und das machen wir dann so lange, bis das Array aus einzelnen Elementen besteht. Dann gehen wir zum nächsten Step und versuchen diese Elemente zu sortieren. Zum Beispiel, wie ihr hier in der Abbildung sehen könnt, vertauschen wir beispielsweise die Positionen der Zahlen 50 und 70, nachdem wir diese gesplittet haben und merchen diese dann zu einer Menge und somit haben wir wie gewollt unser sortiertes Array. Nun schauen wir uns den Python-Code vom Merge-Sort genauer an und versuchen da das Master-Theorem darauf anzuwenden. An sich besteht der Code nur aus zwei Methoden, das Merge-Sort und Merge. Zuerst schauen wir uns die Merge-Methode an und stellen ziemlich schnell fest, dass da natürlich keine Regression benutzt wird. Wir haben innerhalb der Funktion drei While-Schleifen mit einer linearen Komplexität, weil sie natürlich Right-Half oder beziehungsweise Left-Half einmal durchlaufen. Ansonsten sind alle weiteren Operationen konstant und somit haben sie eine Komplexität u von 1. Die gesamte Funktion an sich hat hier eine Komplexität 3 mal u von n. Aber wie wir bereits schon aus den früheren Übungen wissen, können wir hier die Konstante 3 vernachlässigen und somit steht hier nur noch u von n. Jetzt springen wir rüber zu der Hauptfunktion Merge-Sort. In der Methode gibt es genau zwei Regressionen. Der erste Aufruf geschieht mit der ersten Hälfte der Eingabe, der zweite mit der restlichen Eingabe. Somit ist unsere Variable a gleich 2, weil wir hier genau zwei Regressionen haben. Der Reduktionsfaktor b ist hier auch sehr einfach rauszulesen. Der ist 2, weil wir die Eingabe, in dem Fall Array, immer durch 2 teilen. Der restliche Aufwand besteht eigentlich nur noch aus Operationen konstanter Komplexität als Vorbereitung auf die Regression und dem Merge, der wie zuvor festgestellt lineare Komplexität besitzt. Jetzt kommen wir zum angenehmsten Teil, denn wir müssen hier nur noch einsetzen, nachdem wir unsere Variablen ja bestimmt haben. Da es sich, wie bereits schon erwähnt, hier um Divide & Conquer handelt, schauen wir uns dementsprechend auch die Regressionsformel dafür an. Wir haben im letzten Schritt b bestimmt, was 2 ist, da wir, wie gesagt, die Eingabe halbieren. a haben wir auch bestimmt, was gleich 2 ist, da wir Merge-Sort im Regressionsschritt jeweils ja zweimal aufrufen und c ist gleich 1, da der Basiswahl ja trivial ist. Diese setzen wir jetzt nun in die Gleichung ein und haben somit t von n 2 mal t mal n durch 2 plus u von n. Jetzt versuchen wir, unser d zu bestimmen, was in dem Fall 1 ist, weil unsere Funktion f von n gleich u von n ist, was nichts anderes ist wie u von n hoch 1 und der Exponent, in dem Fall die 1, ist ja gleich d. Dann setzen wir unser d gleich dem Logarithmus a zu Basis b, weil der Logarithmus a zu Basis b in dem Fall ja auch 1 ist. Nachdem wir für a eine 2 einsetzen und für b einsetzen, dann ergibt sich ja auch der Logarithmus 2 zu Basis 2, was im Endeffekt auch 1 ist. Das heißt, wir schauen uns den zweiten Fall an, was die Komplexität u von n hoch d mal log n ergibt. Und wie wir ja bereits schon wissen, unser d ist ja 1. Das heißt, im Endeffekt haben wir eine Komplexität u von n mal log n. Solltet ihr Fragen haben, könnt ihr diese gerne ab nächster Woche in der Übung dann stellen. Vielen Dank. Ciao.